Über spezielle Halterungen können erstmalig Materialblanks mit einem Durchmesser von 95 Millimeter, 98, 106 und sogar 125 Millimeter bearbeitet werden. Dadurch können überdimensionale Brücken, die in normalen Blanks keinen Platz finden würden, problemlos positioniert und herausgefräst werden. Die Anzahl der gefertigten Schienen verdoppelt sich sogar. In einem Fräsvorgang können zusätzlich auch deutlich mehr Kronen als bisher gefertigt werden. Auch für Glaskeramik und Raw Abutment Rohlinge und kleine Zirkonblanks haben wir spezielle Halterungen entwickelt.